Was haben Informatik und Geschlecht miteinander zu tun? Bitte beziehen Sie das nicht auf den eben sich eingestellt habenden Fehler. Ich möchte Ihnen erklären was Genderforschung Informatik ist und Lucy gibt Ihnen einen Überblick über Genderbegriffe, Geschichte der Informatik und der Gender Studies, Geschlecht und Informatik und dann die drei Kategorien, die nach Evelyn Fox Keller die Gender Studies in der Technik und den Naturwissenschaften darstellen, an mehreren Beispielen. Was verstehen wir unter Gender und unter Geschlecht? Im Deutschen wird fast Geschlecht die beiden englischen Begriffe Sex und Gender zusammen. Sex ist das biologische Geschlecht und Gender das soziale Geschlecht, aber beide sind in Wechselwirkung miteinander. Das heißt also soziale Erfahrungen wirken sich auch auf den Körper aus und auch auf Sex und umgekehrt wirkt natürlich in Wechselwirkung das biologische Geschlecht auf die sozialen Einstellungen von Geschlecht. Wir verwenden hier aber Gender isoliert, obwohl das eigentlich falsch ist, als eine Kategorie, die sich mit sozialen Interaktionen, gesellschaftlichen Prozessen und der eigenen Körperwahrnehmung befasst und die sich auch in technischen Artefakten realisieren lässt. Entsprechend bezeichnet man in der Genderforschung mit Gendering jene Prozesse, die Geschlecht oder Gender konstruieren und da ist die Informatik auch daran beteiligt. Geschlecht oder Gender zeigt sich nach der Philosophin Sandra Harding auf struktureller, das bedeutet auf der Ebene der Institutionen, auf symbolischer, das sind eben zum Beispiel die Verbindung von Technik und Männlichkeit, und auf individueller Ebene, individuell heißt Individuen können die Geschlechterrollen oder die Angebote annehmen oder auch ablehnen. Sie bewegen sich auch dynamisch als Individuen innerhalb der Angebote von Geschlecht und allen anderen Kategorien, in denen soziales Leben stattfindet. Das Geschlechterkonzept, das ich hier verwende, ist eine Arbeitshypothese, die eine Hypothese ist, nämlich eine konstruktivistische Hypothese, das Geschlecht als dynamische Einheit von in Wechselwirkung von biologischen und soziokultureller Formen Hergestellten darstellt. Und diese soziokulturelle Herstellung von biologischem Geschlecht hat die Biologin Fausta Sterling als Embodiment-Theorie bezeichnet und die findet sich am stärksten im Bereich des Gehirns, also der Neurologie. Unser Geschlechterkonzept setzt Konzepte von männlich oder von weiblich nicht voraus, sondern wir fragen danach, ob Beteiligte Annahmen darüber haben, was Mann oder Frau im Zusammenhang mit Informatik bedeuten, wie sich die Menschen in dem Feld als Männer oder Frauen inszenieren und ob solche Inszenierungen eventuell veränderbar sind oder veränderlich sind. Die These der Genderforschung Informatik ist, dass es bei Softwareentwicklungsprozessen auch auf individuelle Arbeitsstrategien und soziale Habitus ankommt und das bedeutet natürlich auch, dass Gender-Aspekte dabei in Betracht gezogen werden müssen, dass Gender dort inszeniert wird und Doing Gender nennt man das, also man übt Geschlecht aus, dort ausgeübt wird. Wenn man Analysen vornimmt, dann kann man einerseits die Benutzerperspektive einnehmen oder die Entwicklerperspektive, man kann unnötige Dichotomien oder Dichotomisierungen analysieren, Hierarchien analysieren und schauen, ob diese nun in der Informatik notwendig sind, zum Teil sind sie notwendig, um effiziente Algorithmen zu erzeugen und in dem Vortrag gestern von Hase und Biermann, glaube ich, hießen sie, haben sie von Detransitivierung durch Passivkonstruktionen und durch Sprache gesprochen. Code detransitivisiert natürlich enorm, denn niemand ist mehr da, wenn die Software am Laufen ist, der als Autor dieser Software sichtbar wäre, der Code verbirgt Verantwortliche, macht Aussagen oder deren Design schwer anzuzweifeln oder zu eliminieren. Natürlich ist Informatik eine Technik und auch die Genderforscherinnen wenden die Analysen konstruktiv, aber zuerst kommt auch immer die Analyse und dann die konstruktive Wendung, wo dann Forderungen ausgesprochen werden, zum Beispiel, dass Diversitätsaspekte in den Entwicklungsprozess eingeführt werden müssen und in die Software einfließen müssen, weil Diversität natürlich auch in der Software selbst stattfindet und Dichotomisierungen müssen dekonstruiert werden, auch in der Entwicklung von Software selbst zum Beispiel, wie Cecil Kurzen fordert, dass die Dichotomie von entwickeln und benutzen aufgehoben werden müssen. Denn Entwickler sind natürlich Benutzer, eigentlich die stärksten Benutzer von Software und sie leiden unter schlechter Software ganz besonders. Ja, man kann der Informatik Geschlechtergeschichte auch nachvollziehen und da wird man sehen, dass früher mehr Frauen Informatik betrieben haben. Die erste Programmiererin war, wie viele von Ihnen wissen, Arda Gräfin Loveless. Computer selbst war eine Bezeichnung eines weiblichen Berufes, nämlich der Rechnerinnen, die die ersten Computer gesteckt haben und die Assemblerprogramme an der Mark II zum Beispiel oder auch in London bei der Dekodierung an den frühen Computern physisch gesteckt haben und so Berechnungen ausgeführt haben. Die nannten sich Computer. In den 50er und 60er Jahren noch wurde die Softwareentwicklung wesentlich durch Frauen durchgeführt, während Hardware eine männliche Aufgabe war. Die ersten Programmiersprachen wurden mit von Frauen entwickelt. Mit Kobel zum Beispiel wurde von einer Frau entwickelt. Das erste Programmiersprachenbuch ist von Jean Semet in den 50er Jahren entstanden. Und als Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre das Fach und das Studium und die Wissenschaft Informatik entstanden ist, waren im Studium der Informatik noch 25 Prozent Frauen in Deutschland. Die meisten kamen aus der Mathematik, so wie ich, und sie suchten Sinn in Anwendungen der Mathematik. Heute haben wir, sagen wir mal, so 8 bis 10 Prozent Frauen in der Informatik in Deutschland. Erst Mitte der 80er Jahre mit der Einführung von individuell nutzbaren PCs wurde die Informatik und die Software männlicher. Informatik und Genderforschung sind als akademische Disziplinen also etwa gleichzeitig entstanden vor 50 Jahren mit sehr unterschiedlichen epistemologischen und ontologischen Vorannahmen und Entwicklungen. Epistemologie befasst sich mit Arten des Wissens und der Art der Erkenntnis, wie man zu wissen kommt, wie das zustande kommt. Man kann verschiedene Ausgangspunkte wählen. Gibt es nur eine Wahrheit oder viele Sichtweisen auf Wissen und so weiter. Und Ontologie ist die Art, wie die Welt aufgefasst wird als objektive existierende Welt oder als Konstruktion. Das würden also die modernen, dekonstruktivistischen Philosophen so sehen. Die Informatik verwendet eine Art Repräsentationalismus, wie man das nennt. Also die ontologische Überzeugung, dass Strukturen und Hierarchien die Welt beschreiben lassen, sogar abstrakt beschreiben lassen. Dabei werden zur Vereinfachung auch Differenzen ausgeblendet, die das Weltbild für die Modelle zu komplex machen, zu vieldeutig oder auch zu unsicher machen. Und man kann auch kritisch anmerken, dass der Entwurf von Software aus einer privilegierten Subjekt-Objekt-Position erfolgt, nämlich das Subjekt ist der Entwickler und das Objekt ist das zu definierende. Das können natürlich auch lebendige Wesen und Menschen sein. Die Genderforschung hingegen sieht die Welt als dynamischen Prozess, sieht Vielfalt und Differenz als Quelle für Kreativität. Forschungsprozesse und ihre ontologischen und epistemologischen Selbstverständlichkeiten werden kritisch analysiert. Sie haben gar keine feste Vorstellung. Die Gender Studies Informatik ist im Bereich des Entwurfs versucht, es Normalisierungen, Stereotype zu vermeiden, Auslassungen zu vermeiden und Übergeneralisierungen zu vermeiden und zu dekonstruieren. Man spricht auch, wenn das eben nicht bewusst geschieht, von der Co-Konstruktion von Technik und Geschlecht und weil sich das in Hardware, in Materie äußert, von der Co-Materialisierung von Technik und Geschlecht. Okay, ich fange jetzt mit der eigentlichen Kategorisierung und den Beispielen von Genderforschung in MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik an. Die erste Kategorie ist, könnte man sagen, ist eine soziologische Kategorie. Frauen, Männer und ethnische Gruppen und andere Kategorien von Menschen werden intersektional in ihrer Befindlichkeit in diesen Fächern untersucht. Biografieforschung wird dort gemacht und so weiter. Die zweite Kategorie ist Naturwissenschaft und Technik des Geschlechts, sage ich jetzt, weil die Informatik primär nicht sich mit dem Geschlecht als Sex wirklich befasst. Und die dritte Kategorie ist, wie Geschlecht oder Gender in diesen Fächern eingelassen ist. Implizit dadurch, dass in der Geschichte und auch heute noch die Hauptpopulation männlich ist. Ja, Genderforschung in der Informatik werde ich jetzt hier an mehreren Beispielen exemplifizieren. Erstens am Beispiel der Informatikstudierendenzahlen im Vergleich. Zweitens an unserem DFG-Projekt Weltbilder der Informatikstudierenden. Dann in der zweiten Kategorie an der medizinischen Bildgebung und ihrem Gebrauch zur Konstruktion von Geschlechterdifferenzen, wie ich das behaupte. Und da ist die Informatik natürlich auch wesentlich mit daran beteiligt. Und drittens Geschlecht in der Informatik, in der Softwareentwicklung. Wie ist das dort eingelassen? Da werde ich einerseits Untersuchungen zur Spieleentwicklung bringen und dann eine jüngste Diplomarbeit von der HU Berlin, die VPA-Serie, die an iPad, iPod und so weiter als Benutzungsschnittstelle eingebaut ist oder die man dazu kaufen kann. Also zu den ersten beiden Kategorien bringe ich Zahlen und Statistiken zum Personalausweisgeschlecht. Die Empirie zur Erklärung werde ich nicht bringen, weil das zu lange dauern würde. Aber um ein bisschen eine Vorstellung zu bringen, wie kontingent diese Beteiligung auf der Welt ist, bringe ich die Studierendenzahlen in Deutschland und im DDR-Vergleich und hier nur so eine Darstellung von eventuellen Gründen, denn Kapitalismus und Protestantismus sind an meiner Meinung nach sehr stark an der geringen Beteiligung von Frauen in deutschsprachigen oder in protestantischen Ländern beteiligt. In der DDR früher gab es, wie Sie an dieser Darstellung sehen, die Zahlen hat eine Amerikanerin eruiert und es fehlen die Zahlen von 1985, deswegen sind die Kurven nicht durchgezeichnet. Sie sehen, dass schon 1969 die Zahl der Frauen zwischen 70 und 80 Prozent lag und das sind nicht nur die Zulassungen zu der Informatik aufgelistet, sondern auch der Durchschnitt der Beteiligung dann in den gesamten Semesterzahlen und auch die Abschlüsse. Die Abschlüsse sind orange oder rot dargestellt. Sie sehen, dass im Schnitt nicht weniger Frauen abschließen, als am Studium beteiligt sind und es sind durchgehend bis 87, mehr als 60 Prozent Frauen in der DDR im Informatikstudium gewesen. Das hat verschiedene Gründe, die ich jetzt hier nicht ausbreiten kann. Was ist passiert mit der Wiedervereinigung? Hier haben wir ein repräsentatives Bild. Ich hätte auch andere Informatikfachbereiche hier bringen können. Hier am Beispiel der Universität Rostock. Die sehen, wie die Frauenzahlen von ungefähr 75 Prozent 1989 noch auf schließlich 8 Prozent 1998 gesungen sind und durch Frauenförderung dann wieder langsam etwas gestiegen. Auch heute noch ist es so, dass der Ausländerinnenanteil in Deutschland, wie Sie an dem rechten Balken sehen, deutlich höher ist, also mehr als doppelt so hoch, wie der der Frauen mit deutschem Personalausweis, wo noch nicht einmal die Frauen gezählt sind, die Migrationshintergrund haben, die Zahlen auch weiter hoch drücken. Es gibt aber Universitäten in den USA, nicht jede natürlich, aber Carnegie Mellon in Pittsburgh, die seit 20 Jahren im Ranking der Informatik an Nummer 1 steht. Die haben 46 Prozent Frauenbeteiligung dort im Informatikstudium seit den 1990er Jahren oder in Calgary, die haben das höchste Ranking in technischen Fächern in Kanada, haben auch 50 Prozent des Lehrpersonals Frauen. Also sogar in der Schweiz ist es so, dass wenn man die deutschsprachigen und die französischsprachigen Informatiken in der Schweiz betrachtet, dann sind in den französischsprachigen doppelt so viele Informatikerinnen wie in den deutschsprachigen. In Linz, in Österreich ist festgestellt worden, dass es eine Studierendennorm gibt, die das Studierklima prägt. Und diese Studierendennorm bedeutet also absolviertes, absolvierte Militärdienst, Eintrittsalter ungefähr 21 Jahre und Computerfreaks vorher. Diese stellen zwar nur 46 Prozent der Studierenden dar, aber sie prägen das Studierklima. Das zweite Beispiel, das ich bringen möchte, ist aus unserem DFG-Projekt Weltbilder in der Informatik. Ich habe schon die Hälfte der Zeit verbraucht, darum muss ich jetzt ein bisschen schleunen. Dieses Weltbilder-Projekt befasste sich mit fünf Kategorien von Weltbildern von Informatikstudierenden. Wir haben fünf Universitäten in Deutschland ausgewählt, die möglichst diversifiziert sein sollten, Ost-West, Nord-Süd, technisch, klassisch. Und haben dort untersucht, wie sich die Studierenden in Bezug, was ihre Weltbilder also sind. Also unter Weltbildern verstehen wir ein Gefüge von Wahrnehmungs-, Denk-, Bewertungs- und Handlungsmustern, das sich durch soziale Praxis entwickelt. Dabei kommen individuelle, soziokulturelle und objektiv lebensweltliche Einflussfaktoren zum Tragen und bringen je ein spezifisches Weltbild hervor und wirken dort im Wechsel auf die Kultur. Wir haben natürlich jene Muster besonders untersucht, die in informatische Handlungen einfließen und damit Einfluss auf die Produkte ihrer beruflichen Tätigkeiten haben. Denn Informatikforschende und Entwicklende treffen täglich viele Entscheidungen, zum Beispiel, welche Software sie auswählen, welche Algorithmen sie wie kombinieren, wie sie die Datenstrukturen definieren und so weiter. Und sie haben implizite Qualitätsvorstellungen, die dazu führen, dass Arbeitskulturen und Technikleitbilder beeinflusst werden. Etwas, was schon lange auch von Informatik und Gesellschaft aufgegriffen worden ist, ist der sogenannte Ego-Approach oder wie in der Gender Studies genannt wird, I-Methodology, nämlich dass Entwerfer sehr häufig sich selbst als Benutzer übergeneralisieren. Also sie denken, ich bin ein repräsentativer Benutzer und so wie ich mir vorstelle, dass es gut wäre, so wird es wohl auch für die Benutzenden sein. Und das muss nicht unbedingt zutreffen. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Produkte. Wie haben wir die Weltbilder kategorisiert? Wir haben einerseits die Technikbilder angeschaut, dann die Wirklichkeitsauffassung, Relation, Realität, informatische Re- bzw. Neukonstruktion von Realitäten. Wir haben uns das Menschenbild angeschaut, das Selbstbild, die Relation zwischen Mensch und Maschine, die Relation zwischen Entwicklenden und Nutzenden und die Relation Verantwortung und Macht der Informatik. Denn alle Studierenden sind der Meinung, dass die Informatik in der heutigen Welt eine große Macht besitzt. Dann die Berufsbilder der Informatik und in einer Sekundärevaluation, also nicht direkt gefragt, haben wir auch Diversity und Gender untersucht. Und ich überspringe jetzt ganz viel, weil ich den Eindruck habe, dass ich zu viel Zeit verwendet habe. Und ich gehe auf Gender Direct, die Erfahrungen der Studentinnen. Direkt gefragt fühlen sich alle sehr gut aufgenommen. Indirekt hört man aber dann heraus, dass sie es empfinden, dass sie besondere Aufmerksamkeit erfahren, dass sie zum Teil belächelt werden, dass das sie daran behindert, sich in Seminaren oder Projekten zu beteiligen. Und sie beobachten an sich selber auch eine Veränderung ihrer, sagen wir mal, epistemologischen Einstellungen. Sie interessieren sich plötzlich sehr viel mehr für Technik, nehmen angeblich männliche Denkweisen an und sie kritisieren, dass das Studium auf männerspezifischem Vorwissen aufbaut. Was sie auch feststellen ist, dass sie sich immer beweisen müssen, und dass sie sich auch beweisen wollen, also in ihrer Kompetenz. Jetzt alle Studierenden gefragt, kann man feststellen, dass eine starke Geschlechterdifferenz aufgemacht wird von allen Studierenden, Männern und Frauen. Wir haben eigentlich auch nicht nach Männern und Frauen unterschieden, sondern wir haben alle Studierenden unabhängig vom Geschlecht zusammengefasst, untersucht und die Typologisierung auch unabhängig vom Geschlecht gemacht, um nicht selber Vorurteile über Geschlecht hineinzubringen. Der Orientierungsrahmen ist der, dass Frauen durchweg das andere, die Ausnahme darstellen und dass in der Regel ein unhinterfragtes, differenzorientiertes Geschlechterbild herrscht. Das heißt, Männer sind so, Frauen sind so. Sehr häufig werden Informatikerinnen nicht als richtige Frauen wahrgenommen. Ein Zitat ist, die meisten normalen Frauen sind halt Wirtschaftsinformatikerinnen. Und das ist ja schon was anderes. Was kontrafaktisch ist natürlich, denn die meisten wechseln nach wie vor aus der Mathematik in die Informatik. Auch wenn sie dann später sich in den Anwendungen sehr gern platzieren, ist sozusagen die Herkunft so. Und Frauen wird informatische Kompetenz ganz allgemein abgesprochen. Und das in äußerst heftiger Weise, kann man euch sagen, natürlich nicht von allen anderen. Es gibt welche, die das keineswegs so sehen, aber das ist schon eine durchaus vorherrschende Meinung. Ja, in Bezug auf Verantwortung lasse ich jetzt auch mal weg. Resümierend kann man sagen, dass alle Kategorien Realitätsauffassung, das Bild der Informatik, Verantwortungnahme, die sehr viele abweisen, vor allem in höheren Semestern, also wenn sie kommen im ersten Semester mit der Vorstellung, dass Informatiker und Informatikerinnen sehr viel Verantwortung für ihr Tun haben. Ab dem fünften Semester sind sie nicht mehr der Meinung, dass sie Verantwortung dafür haben, sondern sie wechseln sozusagen die Seite vom User zum Entwickler und meinen, die Auftraggeber sind verantwortlich und die User, die das Messerargument, die Software ja benutzen können oder es lassen können. Ja, die Verantwortung, das Diversity und Geschlechterbilder, alles hängt sehr stark miteinander zusammen und bedingt sich gegenseitig und das war schon ein sehr interessantes Resultat. Und was man daraus resümieren kann, ist, dass die Informatikstudierenden zumindest, ja eigentlich alle, mit unterschiedlichen vielleicht, unterschiedlichen Gewichtungen, mit vielen Widersprüchen leben. Einerseits, dass sie der Informatik große Macht einräumen, aber selber ihre eigene Ohnmacht und Wirkungslosigkeit prononciert beschreiben. Also sie sind der Meinung, sie sind völlig ohnmächtig und völlig wirkungslos im Team oder dadurch, dass der Auftraggeber alles definiert. Sie sehen nicht die mikroethischen Fragen oder die Mikrofragen, die sie jede Stunde, jede Minute bei ihrer Arbeit auch ethisch relevant durchführen. Sie sind der Meinung, die meisten sind der Meinung, dass Informatik, der Beruf oder der Softwareentwicklung sehr viel Kreativität erfordert. Gleichzeitig sehen sie in der technischen Entwicklung einen Determinismus und das wird sehr oft geäußert mit der Äußerung, wenn ich es nicht mache, dann macht es ein anderer. Also man sieht die technische Entwicklung als determiniert, die kommt so unabhängig von sozialen Einflüssen. Trotzdem ist man selber kreativ, das ist ein Widerspruch. Dann die Definitionsmacht oder Kreativität im Widerspruch zur Abweisung von Verantwortung. Diversität der Anwendungen und das habe ich jetzt nicht gebracht, also sie wünschen sich keinen Einfluss auf die Informatik durch personelle Diversität. Man ist der Meinung, die Informatik jedenfalls vor allem im Kern und das ist die eigentliche Informatik, die ist unveränderlich, objektiv, allgemeingültig und da gibt es keine Diversitäten. Dass die Anwendungen natürlich auch einen großen Anteil oder inzwischen wirklich einen sehr viel größeren Anteil in der Entwicklung von medialer Informatik usw. haben, die natürlich kontingent ist und überhaupt nicht mehr aus reiner Mathematik besteht, das wird dabei sozusagen unter den Tisch gekehrt. Und das letzte Widerspruch, dass die Frauen, die aus der Mathematik wechseln, natürlich Kompetenzen in formalen Dingen haben. Ihnen wird abgesprochen, dass sie im formal-mathematischen Kern etwas zu suchen hätten. Sie könnten eigentlich nur in Anwendungsbereichen Einflussort nehmen. Ja, jetzt komme ich zur zweiten Kategorie, Geschlecht in Science and Technology, wobei ich die medizintechnischen Bilder aufs Korn nehme, indem eine kritische Analyse medizintechnischer Bilderzeugung und Befundpräsentationen über Geschlechterdifferenzen im Gehirn dargestellt werden sollen, was dazu führt, dass ich behaupte, dass Geschlechterstörer-Type in den Neurowissenschaften eingeschrieben werden und popularisiert werden, die so nicht vorhanden sind oder die kontingent sind. Die analytische Methode ist kritischer Empirismus und das ist eine Methode, die die eigenen Methoden der Wissenschaften, also die Objektivitätsansprüche und so weiter für sich selbst annimmt und aufzeigt in den einzelnen Schritten, dass diese nicht erfüllt werden. Ja, das kann man jetzt eigentlich auch weglassen. Es gibt eine berühmte Studie von Scheiwitz und Scheiwitz, hier dargestellt mit zwei Scheiben durch die gleichen Stellen von 15 gemittelten Gehirnen, rechts die von Frauen und links die von Männern, wo bei einer bestimmten phonologischen Spracherkennungsleistung die Frauen beidseitig lateralisiert sind, wie man das nennt, also auf beiden Seiten die Sprachkompetenzen aufscheinen und bei den Männern nur linkseitig, also es ist immer verdreht in dieser Art von Bildern. Und ich werde jetzt zeigen, dass die auf falschen statistischen Methoden beruht und dass sie auch die Variabilität dieser Gehirne oder aller Gehirne von Menschen so groß ist, dass man mit 19 Gehirnen von Männern und von Frauen so nicht operieren kann und dass, wenn man jetzt Metastudien über Zehntausende von Gehirnen macht, dass sich diese Differenzen dann auslöschen. Also es haben verschiedene Sprachtests stattgefunden, orthografische, phonologische und semantische. Es fanden sich in der Performance nirgends Kompetenzunterschiede. Es fanden sich aber nur in der Reimerkennung eben Unterschiede bei elf Frauen in Hirnarealen auf beiden Seiten Aktivierungen und bei Männern insgesamt bei allen 19 nur auf der linken Hirnhälfte. Was mit den acht Frauen, wo das auch nur links war, geschehen ist, das wird dann nicht genannt. Also die Schlussfolgerungen, die gezogen waren, we recognize however that our study does not provide information about every possible brain region. Die Methode ist eben so, dass man differenzorientiert vorgeht und damit auch vergisst, dass das gesamte Gehirn immer beteiligt ist. And that there may be other sides relevant to phonological processing which may not show gender differences. Aber in der Summierung der Ergebnisse steht was ganz anderes, nämlich Our data provide clear evidence for a sex difference in the functional organization of the brain for language and indicate that these variations exist at the level of phonological processing. Jetzt sind daraufhin Analysen der Genderforscherinnen gemacht worden, dass eine fragwürdige Selektion vorgenommen worden ist, ich habe schon gesagt, dass über die elf Frauen, die beidseitig lateralisiert waren, das universalisiert, also übergeneralisiert wurde und dass man kann weiter feststellen, dass es einen sogenannten Publikations-Bias gibt, dass nämlich Ununterscheidbarkeiten nicht interessant sind und deswegen dann nicht publiziert werden. Es gibt aber dann eine weitere Studie, gar nicht so viel später, von Julie Frost et al., ach so, ja, die entsetzlichen Folgen solcher Veröffentlichungen wie Peace and Peace, warum Männer nicht zuhören können und Frauen schlecht einparken können, was ja schon ein Übersetzungsfehler aus dem Englischen ist, why men don't listen and women can't read maps zu solchen katastrophalen Folgen auf Parkplätzen von Frauenkongressen führt. ist, jetzt wollte ich auf diese nächste Studie von Julia Frost kommen, die hat 50 Frauen und 50 Männer untersucht und es hat sich auch später dann gezeigt, dass es ein Fehler ist, männliche Gehirne zusammenzupacken und zu mitteln und weibliche Gehirne zusammenzupacken und zu mitteln. Das heißt, man muss zuerst alle zusammenpacken und dann die Differenz nehmen, dann erst kann man überhaupt über Geschlechtsunterschiede eventuell sprechen, aber auch das findet hier in dieser 50 Männer und 50 Frauen Studie nicht statt, also kommt nicht als Ergebnis. Um das etwas statistisch etwas fundierter zu machen, hat sie auch zwei gleichgroße Populationen unter diesen 50 herausgesucht, also zweimal 50, die einfach statistisch herausgezogen wurden, also einfach zufällig herausgezogen wurden und dort die Unterschiede gemessen und diese Unterschiede waren genauso insignifikant wie die von Männern und Frauen. Sie sehen hier oben die ersten zwei Reihen, die beiden Statisten, also die durch Stichproben gezogenen Gehirn, Mittelungen und dann die von Männern und Frauen und die Unterscheidungen sind überhaupt nicht charakteristisch und auch nicht signifikant. Es ist dann eine Studie bei uns gemacht worden, Zusammenarbeit mit den Basler Neuroanatomen oder Neuroanatominnen, wo gezeigt worden ist, hier sehen Sie ein bisschen undeutlich in drei Reihen, dass wenn man die Magnet, das sind ja alles FMRT Bildkonstruktionen, wenn man die statistischen Schwellwertsetzungen unterschiedlich macht und alle diese Schwellwertsetzungen sind auch für die Medizin anerkannt als wichtig, dass dann die Lateralisierung sich ändert. Sie haben jetzt hier rechts die Männer und links die Frauen und bei der Schwellwertsetzung T1 sieht man linkseitige Lateralisierung in beiden Geschlechtern, bei T2 beidseitige Lateralisierung bei den Männern und bei den Frauen nicht und dann in der dritten auch medizinisch verwendeten Schwellwertsetzung bei den Frauen rechtseitige Lateralisierung bei den Männern linkseitige Also man sieht alle diese Dinge sind so kontingent dass universalisierende Aussagen darüber einfach schlicht falsch sind. Es ist also eine Forderung nach Transparenz auszuüben das heißt der Abbildungsmythos von solchen Brain Mapping Konstruktionen ist zu dekonstruieren es ist auch ein Mythos dass die Bilder objektive Tatsachen darstellen vielmehr sind es Augenblicks Zustände die sich im nächsten Moment übrigens auch schon geändert haben können die Plastizität wird nicht einbezogen und die Popularisierung vergisst natürlich die Komplexität der Erzeugung die äußerst komplex ist. Okay jetzt kommen die dritten zwei Beispiele wie Gender in Informatik Entwicklung und Informatik Produkten eingelassen ist und das erste ist eine Untersuchung von Doris Allhutter und Hannah B. Egger an der Wirtschaftsuniversität Wien also dort in der Informatik und sie haben dort eine Spiele Entwicklungsfirma dazu gebracht dass die 17 Entwicklerinnen und Entwickler also eine Frau und 16 Männer die ein neues Spiel entwickelt sollen oder eigentlich ein bestehendes Spiel verbessern sollten für den Massenmarkt dass die sich der Untersuchung unterzogen haben die die Methode Mindscripting darstellt beim Mindscripting sollen die untersuchten Personen 45 Minuten lang aufschreiben was sie das letzte Mal bei beim Spiel mit ihrem eigenen Spiel ihnen durch den Kopf gegangen ist sie haben das dann also bei der Herstellung dieses Spiels durch den Kopf gegangen ist und sie haben das eben aufgeschrieben es handelte sich um ein Abenteuerspiel in dem Subjekte repräsentiert wurden also Männer und Frauen vor allem Männer aber auch eine Frau Aktivitäten und es sollten vor allem auch Emotionen und Motivationen dabei sichtbar werden und ja die Textanalysen sind dann in Gruppen vorgenommen worden damit nicht zu viele also 17 waren etwas zu viel für die Gruppen es waren zwei Gruppen in denen die Analysen dann gemeinsam haben sie ihre eigenen Texte vorgelesen und analysiert und vorher wurde aber behauptet dass die Entwicklungen nicht involviert in Entscheidungsfindungen sein und nicht gehört werden genau wie unsere Studierenden sie behaupteten die Zielgruppe würde das Design nicht beeinflussen sie haben den generalisierten User für den Massenmarkt Qualitätsstandards wie sein Funktionalität und Usability aber auch eben wie ich schon gesagt habe die Dimensionen Atmosphäre und Emotion und um die Nutzenden stärker einzubinden sollte eine Art grafischer Realismus implementiert werden also realistische Figuren dargestellt wurden die Ergebnisse waren dass die männlichen Spiel Charaktere anatomisch korrekt modelliert wurden anhand von Fotos realer Personen tatsächlich anhand von sehr schönen Filmschauspielern amerikanischen Filmschauspielern die einzige weibliche Figur aber einer bestehenden computergenerierten Figur die anatomisch völlig unrealistisch war man sah keinen Widerspruch zum grafischen Realismus das heißt also man kann daraus schließen dass das Verständnis von Realismus nicht neutral ist sondern kulturelle Fantasien von Differenz als natürlich darstellt vor der Untersuchung haben die Entwicklenden sich als neutral und objektiv beschrieben als sie dann ihre eigenen Verschriftlichungen analysiert haben entstand eine sehr große Betroffenheit und in der folgenden gemeinsamen Diskussion der Resultate wurde vorgeschlagen die Wirkung der Stereotypisierung bewusst zu reflektieren Frauen als Zielgruppe ebenfalls einzubeziehen was sie implizit eben nicht getan hatten und sich nicht mehr auf konventionelle Annahmen über Geschlechterdifferenzen zu verlassen das heißt also das Ergebnis zu dem Ergebnis kommen die Untersuchenden dass die Normativität eine Co-Materialisierung so nennt man das jetzt in den Genderforschungen nämlich weil das ja auch materiell eingeschrieben ist von Technik und Geschlecht zeigt Ja Lernprozesse haben also stattgefunden in den Entwicklungsteams über die sogenannte iMethodology wie ich schon erwähnt habe iKnow what is best for everybody Nun kann man sagen das ist vielleicht zufällig in dieser Wiener Firma so gewesen aber es gibt eine noch ältere Untersuchung neben vielen anderen wo Eva Turner an der University of East London 2001 einen Kurs in Visual Basic gemacht hat in dem sie die Aufgabe gegeben hat Außerirdischen bildlich zu erklären das war also die Aufgabe in diesem Kurs was Informatiker und Informatikerinnen tun und die bildliche Modellierung der Studierenden war dass Männer nach Fotos gut aussehende amerikanischer Filmschauspieler modelliert waren Frauen aber abstrakt und auch hier gab es einen ziemlichen Lernprozess in der anschließenden Gruppendiskussion als letztes wollte ich noch die Analyse von Siri von Göde Boot darstellen hier ist geht also die erste Seite von Siri auf wo sie fragt womit kann ich dir dem Nutzenden helfen er untersucht eben die iPhone in Applikation Siri die eine personalisierte Software-Agentin für multimodale Benutzungsschnittstellen ist sie wird charakterisiert durch Rolle Initiative und Geschlecht und er verwendet eine ganze Reihe von ziemlich theoretischen oder ziemlich komplizierten Theorien für die ich jetzt auch keine Zeit habe und deswegen kann ich im Grunde auch nur eher flache Ergebnisse darstellen ich möchte das nicht machen weil das einfach nicht in der Kürze der Zeit nicht möglich ist also die Behauptung ist dass Siri Arbeitsersparnis mit dem Interaktions Paradigma der Delegation erzeugen soll und was sie tut sind über direkte Spracheingabe Anfragen suchen Bestellungen Reservierungen Flugstatus Abfragen und dergleichen zu tätigen Sie versucht die Absichten der Nutzenden zu erkennen Siri jetzt indem sie Kontexte abfragt und zuordnet Ort Aufgabe Zeit und Dialog Göde-Both hat dann ihre Anthropomorphisierungen und Maschinisierungen untersucht die Konfiguration von Nutzer und Nutzerinnen und die Einschreibung geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung in Siri sowohl in einer Exploration als Mann als auch in einer Exploration als Frau eher vielleicht gehe ich gleich zum nächsten er fragte sie also Donna Siri are you female sie sagt it looks like there there's no network connection or maybe I just really slow nach einiger Zeit sagt sie I'll take a peek at my ontology and get back to you das heißt also wenn sie ihre Ontologie befragt ist tut sie sich als Maschine ausweisen er fragt er fragt dann weiter are you male I'll take a peek at my ontology and get back to you are you male also er fragt immer wieder sie antwortet nicht ich sage jetzt sie weil es später analysiert wird dass sie sozusagen als in der Geschlechter Konnotation als Frau konfiguriert ist weil sie das nicht beantworten möchte sagt sie does it matter Goethe-Both sagt Siri wird inszeniert durch Synchrone Anthropomorphisierung und Maschinisierung gleichzeitig weil sie gleichzeitig wo sie I'd rather not say es ist in einer anderen Kommunikation Donna are you a machine Donna fragt are you a machine sie sagt I'd rather not say das heißt also sie verweist auf ihre Intimsphäre und geriert sich damit als menschlich und damit kann er sagen dass also Goethe-Both der Analysierer dass sie als Cyborg Identität konfiguriert ist also menschlich und maschinell zugleich und er untersucht dann weiter die geschlechtskonnotierte Kommunikation mit den Registern machtorientiert machtlos kompetitiv oder kooperativ unaggressiv oder machtlos und stellt also fest dass Siri sich als bescheiden entschuldigend selbstherabsetzend kooperativ machtlos und so weiter geriert wie man hier jetzt auch sieht what can I help you with wenn er sie beschimpft you are stupid I'm doing my best Joe you are not helpful I'll take that as a compliment sie hatten also nicht richtig verstanden auf abszöne Beleidigungen antwortet sie es gäbe keinen Grund sich solch vulgärer Ausdrucksweisen zu bedienen aber sie ergibt sich stets hilfsbereit und verständnisvoll nimmt Bezug auf Gesagtes und inszeniert damit sich selbst als weiblich und mit der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung wiederholt sie diese neu symbolisch längere Konversationen drohen sehr rasch zu scheitern weil sie Äußerungen von Nutzenden als Hilfsgesuche missversteht also als Resümee sagt er Siri greift überwiegend auf weiblich konnotierte Register zurück mit ihrem kooperativen Stil dem gemeinsamen Arbeiten von Lösungen aktiver Unterstützung des Sprechers Bezugnahme auf vorangegangenes konstruktive Kritikfähigkeit sie spricht nicht über sich und wenn dann selbst herabsetzend schämt sich offenbart Gefühle und macht einen zurückhaltenden passintensiven Eindruck also sie erfüllt ein weibliches Stereotyp Er untersucht dann wie der Nutzende oder man kann ruhig schon sagen der Nutzende konfiguriert wird zunächst aber der konserviert Goethe bot auch diese Delegation an Siri weil sie durchaus Vorschreibungen an Nutzenden macht für die erfolgreiche Kommunikation in Anlehnung an Google Ease sagt er dass man durchaus Siri Ease erst erlernen muss und die Dienstleisterschaft von Siri damit auch so dekonstruiert werden kann die Konfiguration der Nutzenden mit Siris Fokus auf Konsum Reisen und Unterhaltung und auch das Suchen von Restaurants in der Nähe weist sie als Konsumenten der hoch mobil wohlhabend berufstätig ist der unabhängig über zeitliche Ressourcen verfügen kann also nicht etwa mit Familienarbeit belastet ist also das Bild eines männlichen Nutzers welches sich auf Geschäftsreisen befindet sondern ist er nicht das Restaurant sucht und der von Apple angesprochene Everybody wird im Wesentlichen vom höheren Angestellten und Geschäftsleuten verkörpert denen der neoliberale Unternehmer seiner selbst als Norm eingeschrieben ist womit ich die These der Gender Forschung in Informatik stützen kann nämlich dass bei Software Entwicklungsprozessen es auf Weltbilder politische Strategien und Habitus ankommt dass Gender Aspekte durchaus mit implementiert werden und inszeniert werden dass Doing Gender passiert dass unnötige Dichotomien und Hierarchien aufgemacht werden wie jetzt in Siri Ja Okay Die Forderungen der Gender Forschung Informatik an Informatik und Software Entwicklung treffen sich also teilweise mit denen von Informatik und Gesellschaft nämlich dass man die eigenen epistemologischen und ontologischen Annahmen hinterfragen sollte dass eine Sinnorientierung der Ziele und Forschungs und Entwicklungsprozesse stattfinden sollte dass die Anwender berücksichtigt werden sollten unsichtbare Arbeit in den Blick genommen werden muss dass Integrationsfähigkeiten und Widersprüche ausgehalten werden müssen dass ein systematisches Vorgehen statt Experimentieren stattfinden muss und Gebrauchsorientierung statt spielerischem ausprobieren und damit hoffe ich dass die Gender Forschung Informatik der Informatik etwas bieten kann nämlich Reflexionsanstöße und Lernprozesse zu initiieren dass sie wissenschaftstheoretische Grundlagen über ihre Theorien und die der Science and Technology Studies die vor allem in dem letzten Beispiel verwendet wurden was ich aber zeitlich nicht geschafft habe dass es methodologische Erweiterungen geben sollte die in diesen Fällen auch gemacht wurden dass Diversity und Interdisziplinärität sehr viel stärker vorhanden sein sollte und dass die Genderforschung Gestaltungshinweise geben kann ich danke Ihnen fürs Zuhören Peter Schinzel danke sehr Vielen Dank Applaus